Bei Zalando bin ich verantwortlich für das Merchandising. Wir haben ein Team aus zwölf Leuten und wir sind das Bindeglied zwischen dem Einkauf und dem Verkauf. Ja, ich bin verantwortlich für alle Männerschuhe und Klamotten, die Zalando verkauft. Das Besondere für mich ist, dass wir wahnsinnig hohes Tempo jeden Tag haben, dass ich ganz tolle Kollegen habe und dass jeder Tag anders ist als der zuvor. Zwei von meinen Freunden hatten schon bei Zalando gearbeitet und mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, auch zu Zalando zu kommen. Dann habe ich mir das angeschaut und war eigentlich direkt begeistert. Es ist die Kombination aus Mode und Technologie und da lerne ich jeden Tag.